Ich bin Marc Benecke, Kriminalbiologe und in der Zeitung steht immer Herr der Maden oder so, aber in Wirklichkeit bin ich einfach Spurenkundler. Das heißt, ich untersuche das, was an Tatorten so übrig bleibt und anfällt, um rauszukriegen, was passiert ist. Der Fundort ist natürlich nicht immer der Tatort. Also was wir da sehen, sind alltägliche Dinge. Ein Matchbox-Auto, ein umgefallener Stuhl, eine Kerze, Zigarettenkippen, eine Hose, im Freien im Wald irgendwelche Kondome, die irgendeiner mal vor zwei Jahren hingeworfen hat, Zeitschriften. Also und das Wichtige ist, wir können ja nicht alles mit ins Labor nehmen. Ich kann ja den Wald oder die ganze Wohnung nicht ins Labor nehmen. Das heißt, ich überlege mir zum Beispiel, was reibe ich mit so sterilen, DNA-freien Wattestäbchen ab und das ist die Spur, die ich mit ins Labor nehme, zum Beispiel bei Sperma oder bei Blut oder Speichel. Wir engen am Fundort ein, was wir mitnehmen und das ist das, es kann alles sein, absolut alles. Antonia möchte wissen, wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden? Ach, ich glaube, ich bin so ein bisschen... Also wusste ich übrigens gerade auch nicht. Ich dachte auch, das ist ein bisschen weitergefächert, aber okay, interesting. Ja, kauzig. Also ich mag es gerne, mich auf kleine Details zu konzentrieren. Wenn man ans Mikroskop geht, legt man irgendwas drunter und dann verschwindet die ganze Welt, dann kann man da so durchgucken und dann kann man sich ganz konzentriert mit so ganz spitzen Dumont Pinzetten, kann man das alles so untersuchen, aufschreiben und dann hat man geistig Ruhe. Also ich mag es gerne, wenn es klar und rein und ruhig ist und das kann man in unserem Job sehr gut. Es gibt halt kleine Spuren, die möchte man und muss man ganz genau untersuchen und dann ist das für mich irgendwie friedlich. Kann ich nachvollziehen, aber trotzdem bestimmt eine interessantere Story, wie er dann zur Forensik gekommen ist, oder? Also es gibt auch bestimmt noch andere Laborjobs, wo man sich so ein bisschen wegzoomen kann, weil das hat ja noch ein bisschen crazy. Georg F. möchte wissen, wonach riechen Leichen? Leichen können nach ganz verschiedenen Gasen riechen und den Bestandteilen der Gase. Also typisch ist ein stechender Geruch, der auftreten kann. Zum Beispiel wenn jetzt so eine Leiche in so einem Plastik- oder Plastesack drin war, wo die Sonne drauf geballert hat. Das kann nach so Ammoniak riechen, das ist so ein bisschen stechend. Dann gibt es käsige Gerüche. Das ist so, wie wenn ihr auf dem Festival wart und eure Schuhe auszieht. Einfach dieser ganz normale Käsegeruch, den man da so kennt. Dann gibt es so einen floralen, blumigen Geruch sowie so Baumblüten. Meine Frau mag das auch nicht. Die mag keine Blüten, weil sie denkt, die riechen faulig. Also der darf ich keine Blumen geben. Freut sie sich nicht drüber. Außer sie riechen nicht. Vielleicht, weil das so ein ähnlicher Geruch ist wie der dieser Florale von den Leichen. Der kommt von einem Bakterium. Das macht die Leichen grün oder manchmal auch bläulich. Das heißt Pseudomonas. Und ja, das war es eigentlich. Das sind so die Hauptgerüche. Und dann gibt es noch ganz viele andere. Es gibt ja tausende von verschiedenen Bakterien, die verschiedene Gerüche erzeugen. Das Grinsen danach ist auf jeden Fall ein uncooler Stopp dafür. Ganz ehrlich. Was ich jetzt noch hier dazu sagen wollte. Ich sage safe. Ich hatte das mal auf dem Hinweg ins Büro eine ganze Zeit lang vor einem Monat, dass das eben genauso käsig, aber ganz komisch gerochen hat an so einer Stelle auf meinem Büro hinweg. Und dann dachte ich mir so, den Geruch kann ich nicht ganz zuordnen. Und ich dachte nämlich safe. Das ist bestimmt so das, wo andere Leute immer so. Kennt ihr das, wenn ihr so Polizei, also so echte Dokus guckt und dann sagen die immer Leichen riechen so komisch. Also man kennt das, aber man kennt es nicht. Und ich dachte safe. Da ist irgendwas komisch, weil das war richtig lange so. Und es auch so. Aber es ist nur eine Vermutung. Da kann auch einfach einer hingekotzt haben. Aber ich dachte mir so, irgendwie, das war so mega lange so. Und das haben auch voll viele Leute gerochen und die fanden das auch ganz komisch. Äh, Moni Pini, dankeschön für die 100 Bits. GetOnMyNVL fragt, wie ist deine Einstellung? GetOnMyLevel? Monte? Wie ist deine Einstellung? Montat? Einfach was? Zum Tod? Ja, zum Tod habe ich keine Einstellung. Denn jeder stirbt. Du auch. Ich auch. Die beiden Jungs hinter der Kamera. Ja, man stirbt halt einfach. Glaubst du an dein Leben nach dem Tod? Ja klar. Nach dem Tod geht es weiter. Da kommen die ganzen Tiere. Ameisen, Schnecken, Schmeißfliegen, Fleischfliegen, Stubenfliegen, Kurzflügelkäfer, Geier, Waschbären, Füchse. Da ist noch richtig was los. Von den ganzen Bodenorganisationen, Wollen wir gar nicht reden. Nur mal ein Beispiel. Wenn man einen Esslöffel Erde nimmt, einfach so aus einem gesunden Wald oder sowas oder aus einem Garten, da sind noch mehr Lebewesen drin, als Menschen auf dem Planeten Erde leben. Also da ist sehr viel Leben nach dem Tod. Ja. Und hast du Angst vorm Sterben? Ja, Angst nicht. Aber ich meine, ich lebe halt gerne. Sagen wir mal so. Also ich lebe gerne, aber ich weiß, dass jeder und alles stirbt. Dinge sterben ja auch. Alles vergeht. So ist das halt. Schnuppel Lima möchte wissen, was war das Krasseste, was du bisher untersucht hast? Krass ist bei uns alles und nichts. Also die Fälle sind alle gleich. Wir gehen da rein wie kleine Kinder. So stell dir vor, ein kleines Kind wacht auf. So lalala, da sind kleine Klickerdinger, die ich zusammenschieben muss. Hier ist meine Hand, die muss ich angucken. Und wenn du das von außen angucken kannst, was macht das Kind da eigentlich die ganze Zeit? Das entdeckt die Umwelt. In den Mund stecken, anfassen, riechen, angucken, manchmal auch nachdenken. Und wir sind genauso. Nur Minus nachdenken. Also wir sammeln alles ein. Wir fotografieren es. Wir dokumentieren das. Fertig. Ist bei jedem Fall gleich. Gibt es nichts besonders krasses oder so. Es ist immer dasselbe. Jeder Fall ist schwarz, leer, neu, hohl und du entdeckst ihn wie ein kleines Kind. Wenn du das nicht mehr kannst, kannst du in unserem Beruf nicht mehr arbeiten. Also wenn du denkst, wow, das ist voll spannend oder voll wichtig oder voll groß oder der ist reich, schön, arm, zerlumpt, irgendwas, dann sind das alles, das ist dein Shit, den du in den Fall reinfüllst, der nichts mit dem Fall zu tun hat. Der Fall ist, wie er ist. Also ich sag's mal freundlich, alle Fälle sind extrem spannend. Es gibt keinen Fall, wo du nicht was total verrücktes oder in deinen Worten eben was mega krasses sozusagen findest. Ist immer geil. Raoul fragt, berührt dich der Anblick von Leichen noch emotional? Also der Anblick von Leichen hat mich noch nie emotional berührt, weil ich sonst meinen Job nicht machen könnte. Also ich wollte grad sagen, da musste nämlich dann auch irgendwie schon so ein Typ Mensch oder so für seine, wenn du so von Anfang an damit keinen Stress hast. Es gibt ja glaube ich genügend Leute, die schon ein größeres Problem damit haben würden, wenn da eine Leiche ist so oder eine Unruhe verspüren oder weiß ich nicht. Da hast du ja dann schon irgendwie, deswegen eigentlich auch diese, wie stehst du zum Tod Frage, eine ganz interessante. Ist einfach eine komplette Banalität für ihn und überhaupt nicht wichtig. Ich dachte, da wäre jetzt so voll der Deep Dive, vielleicht eine persönliche Geschichte hinter. Vielleicht ist es auch so und der erzählt sie einfach nicht gerne oder so. Aber es muss ja schon irgendwie irgendwas sein. Also vielleicht ist es auch einfach nur so banal und ist so, ja, juckt mich nicht. So. Gibt ja einfach Leute, die da unfassbar sachlich sind bei sowas und dann einfach sagen, jetzt eine Leiche ist ein toter Mensch. Das ist jetzt so. Ich habe damit nichts zu tun und ich muss jetzt untersuchen, wo das herkommt. Einfach glaube ich sehr, sehr sachliche, strukturierte Leute, die dann da, glaube ich, vielleicht auch sogar besser mit klarkommen. Gibt es so Berufe, da ist das total wichtig, dass du dich für den Moment oder auch länger in andere, in Umstände, in die Gesellschaft gut rein denken kannst. Bei uns ist das, ja wie soll ich sagen, nicht erforderlich, sondern du brauchst was anderes. Du brauchst, also es ist wie ein Werkzeugkasten. Es gibt diesen Werkzeugkasten der Empathie, des Einfühlens und bei uns brauchst du die Werkzeuge von, was ist da wirklich? Welche... ...stabst du vielleicht auch das, was... Aber ist es dann, was würde mich umgekehrt interessieren, ist es bei ihm so, dass er dann halt umgekehrt eher... Vielleicht hat er ein Problem mit Empathie oder auch so sozial hat er gar keinen Bock auf Leute oder so, also hat er gesagt, eine Frau und so. Ne, aber who knows, vielleicht ist das dann eher so um sich da auch, weil es war viel Abschotten, es war so, ich brauch Sachlichkeit und so, ist so ein bisschen... Würde mich interessieren. Welche Stäubchen, welche Krümelchen, welche Gegenstände, welche kleiner als ein Streichholzkopf großen Dinge sind messbar vorhanden? Ohne Denken, ohne Glauben, ohne Meinen, ohne Hoffen, ohne Religion, ohne Empathie, ohne Gefühle, ohne Politik, ohne Kultur. Sachlich, einfach unfassbar Trockensachlichkeit einfach. So, und das ist ein... Heute würde man vielleicht sagen ein Skillset, ne? Der wird ja komplett ausrasten, wenn der einmal inzwischen Nachrichten guckt oder auf Twitter geht. Boah, das wäre die richtige Plattform, wenn man... Bankwenecke. Der wird ja den ganzen Tag ausflippen, Alter. Wenn man so strukturiert durchs Leben geht, einfach sehr faktisch probiert, alles aufzuarbeiten und dann kommst du so auf Twitter gerade. Also... Also ich bin meinetwegen, keine Ahnung, der Schraubenzieher und der emotionale Mensch, der genauso wichtig ist, der ist der Hammer. Und dann gibt's noch im Werkzeugkasten 50 andere Werkzeuge, die halt jeweils für was Bestimmtes wichtig sind. Und alle zusammen bearbeiten wir dann die gesellschaftliche Problematik, den Gerichtsfall, reden mit den Angehörigen, was sehr, sehr wichtig ist, sorgen dafür, dass es nicht nochmal passiert. Das ist eigentlich das Wichtigste in unserem Job. Und das Interessante ist, das geht auch ohne Empathie. Also ich helfe genauso viel bei der Vorbeugung, dadurch, dass ich rauskriege, war da wirklich Sperma, war da wirklich Blut, ist da wirklich der Stuhabdruck gewesen, wie derjenige, der davon überhaupt keine Ahnung hat und auch nicht braucht, braucht auch keine Ahnung haben und der sich nur in die Gefühle der anderen reinversetzt oder in die, wie soll ich sagen, in das Höhere oder in das ganz Persönliche. Friedrich Jess möchte wissen, welche Besonderheiten gab es an Hitlers Schädel? Ich habe in Moskau Hitlers Schädel untersucht und identifiziert, also von Adolf Hitler und die Zähne von Eva Hitler waren auch da. Stimmt. Besonderheiten? Ja, ich würde sagen, die Zähne waren sehr interessant. Also die övre Reihe ist komplett aus Metall gewesen und nur verblendet, damit beim Reden das halt nicht so aussieht wie so ein Eisenbeißergebiss aus James Bond oder so. Die gab es natürlich damals noch nicht, aber deswegen hat man da so weiße Verblendungen drauf gemacht. Das war sehr interessant. Dann gibt es in einem Schädelstück, was von Hitler sein soll, die Zähne sind auf jeden Fall von Hitler, weil wir da Röntgenbilder von ihm zum Vergleich haben, als er noch gelebt hat. Das heißt, das kann man sehr gut vergleichen. Das Schädelstück. Aber da ist jedenfalls eine Ausschussöffnung da, was bedeutet, dass Hitler sich erschossen hat. Unter dem Video die Kommentare lesen nach so einer Aussage, Alter. Der amalige Staatenlenker aus der Sowjetunion gesagt hat, Hitler hat sich vergiftet. Also da sieht man schon, das ist also auch eine spannende Spur. Und ansonsten war es eigentlich eher interessant mal zu sehen, wie es da einfach so aussieht. Ich meine, ich war im FSB, also im Geheimdienst in Moskau, also in der Zentrale. Das war schon schräg. Das wusste ich nicht, dass die den Kopf von Hitler haben. Er ist nach Argentinien, hat im VW-Werk gearbeitet, muss man wissen. Im Staatsarchiv der Russischen Föderation. Und ich weiß nicht, ob ich Archive vorstellen könnte, aber das ist supergeil. Also da sind riesige Regalreihen. Boah, glaube ich auch. Also da bin ich dann auch wieder für zu begeistern. So ein geiles Geheimnis-Archiv. Okay, wenn nicht. Und dann könntest du so richtig coole Sachen nachgucken. Das fände ich schon cool. Das ist voll Wissen und so. Das ist natürlich ein Traum für mich. Also der Schädel, der war interessant. Aber die Umgebung war auch sehr, sehr interessant. Interessant. Kann ich mir auch gut vorstellen. Tja, Knollbrand möchte wissen, wie reagieren neue Leute, die dich kennenlernen, wenn du ihnen von deinem Beruf erzählst? Also es gibt zwei Berufe. Die sind scheinbar, die töten jede Party. Das ist Buchhändler und Biologe. Ich bin halt Biologe. Danach kommt nie eine Frage. Also ich schwöre, ich schwöre. Es hat noch nie früher, als das nochmal vorkam, jemand dann gefragt, ja und was machst du da eigentlich in Biologie? Ja, aber wenn du nur sagst, Biologe ist ja auch wack. Das wäre ja so, wie wenn ich den Überbegriff für YouTuber sagen würde. Dann fragt mich jemand auf der Party, was bist du? Dann sage ich, ja ich bin ein Arschloch. Dann fragt ja auch keiner mehr weiter. Du kannst ja auch nicht als Forensiker sagen, du bist Biologe auf einer Party. Du musst schon sagen, du bist Forensiker. Das ist ja voll cool dann. Schon spät. Sorry. Ich erzähle das nicht. ApoBread fragt, fandest du schon mal etwas so ekelhaft, dass du dich übergeben musstest? Ich kann nicht was sagen. Ich mag zum Beispiel nicht. Meine Frau hat ganz lange rote Haare. Dafür das können wir eigentlich machen. Wenn Tim das Video gesehen hätte, ne? Uff. Zeigen. Komm, wir zeigen das mal. Nein, möchte nicht. Und die sind manchmal im Abfluss. So, das finde ich jetzt nicht toll. Aber ich meine, wer übergibt sich bei sowas? Come on. Tizzi Punkt fragt, schon mal aufgrund eines Falles überlegt, den Beruf zu wechseln. Es gibt Fälle, die sind, die kommen eher so entfernt an mich ran. Also ich sage mal Beispiele. Ich habe alle Videos ausgewertet, wo Leute geköpft worden sind von der Vorgängerorganisation von IS und ISIS. Die kennt ihr vielleicht noch. Und davor gab es Al-Qaida hieß sie. Und da war immer die Frage, warum sprudelt das Blut nicht? Warum spritzt das Blut nicht? Sondern warum sieht man, wenn überhaupt nur so Blutlachen oder wenn man überhaupt was sieht. Oft waren die auch sehr schlecht damals, die Videos. Aber da ist es dann eher so, ich komme aus dem Rheinland und da gibt es so eine Regel, die heißt, es ist wie es ist. Also wenn ich jetzt meinen Beruf wechsle, hört das auch nicht auf davon. Also ich bin nur so ein Staubkorn. Und ob ich mich jetzt da wohl oder unwohl fühle, ändert nichts an dem Großen und Ganzen. Schöne Ansicht auf, die man nicht nur in der Welt nehmen kann, sondern die man auch viel auf schöne andere Sachen projizieren kann, um einfach Sachen weiterzumachen und so. Beinhard Beinhard fragt, was war dein größter Ermittlungserfolg? Also erfolgreich ist für mich alles, was dazu führt, dass etwas, was andere nicht bearbeiten wollten, weil sie es für langweilig, nebensächlich, doof oder so gehalten haben, dass das bearbeitet wird. Ich kann mal zwei Beispiele sagen. Eine Person hängt in einer Schlinge. Es suizidieren sich ja unheimlich viele Leute. Also bei unter 25-Jährigen suizidieren sich ja allein in Deutschland über 600 Leute jedes Jahr, ne. Also es sind richtig viele Leute. Holy Shit! Was? Nicht machen. Einfach nicht machen. So und jetzt hängt also jemand in der Schlinge mitten im Raum und das ist total ungewöhnlich. Also normalerweise ist das Seil nicht so lang und die Position war auch irgendwie ein bisschen komisch. Und dann haben alle gesagt, ja mein Gott, es ist halt schon wieder so ein Suizid, wie es halt 600 in Deutschland im Jahr bei unter 25-Jährigen gibt. Jetzt kann man aber sagen, ja was lehre denn, wenn nicht? Ich meine, wenn wir jetzt sagen, es war sowieso ein Suizid, suchen wir nicht nach Spuren, dann finden wir keine Spuren, dann war es ein Suizid. Wenn wir aber die Spuren jetzt suchen und wir finden Spuren, die nicht hingehören von einer Person, die behauptet, sie war noch nie in diesem Raum drin. Zum Beispiel am Seil, weil die Person das Seil angefasst hat. Also so ist das eher, ich ermittle das nicht, sondern ich biete an, ich gucke mir die Spuren mal an, wenn er Bock hat. Oder ein Junge ist mal, also ein Jugendlicher, der so einen Nebenjob hat, der ist angeblich laut Polizei barfuß ohne sein Portemonnaie, mit der Matratze auf dem Kopf, also mit der großen Schlafmatratze, durch den Schnee in Eiseskälte gelatscht und dann von der Brücke gefallen. Und dann haben wir gesagt, äh, aber könnte das... Da haben wir gesagt, nein. Das ist auch anders gewesen, dann haben wir alle gesagt, nein. Und die Eltern haben sich dann da mega reingehangen und haben gesagt, sagen Sie mal, äh, also hören Sie sich doch mal selber zu, ja, das ist doch möglich, dass da etwas anderes passiert ist. Und dann haben wir gesagt, ja, da müsste man die Leiche exhumieren und mal gucken, ob kleine sogenannte Knochenscharten, so Ritzer an den Knochen sind. Und dann haben, das habe ich nur vorgeschlagen, habe begründet, warum. Und dann haben die Kollegen aus der Rechtsmedizin, die Fachärztinnen und Fachärzte, die Knochen ausgekocht, haben nach diesen Ritzern geguckt, haben gesehen, die sind da. Ja, wenn man von der Brücke fällt, kriegt man aber nicht so feine Ritzer, das muss dann wohl eher gewesen sein, weil jemand mit einem Messer da die Person getötet hat oder gestochen hat. Also da seht ihr schon, also ich löse keine Fälle, sondern ich bin eher so eine Art, ähm... So ein Bindeglied, ne? So, der bietet einfach noch, also so eine Lupe, ist so eine Lupe. Ja, Schmiermittel, was die Rädchen so ein bisschen... Ja, so eine Lupe, um nochmal näher dran zu gucken, ist übel interessant. Verzahnt und ans Laufen kriegt. Da wie da, möchte wissen, lieber ertrinken, verbrennen oder erfrieren? Boah, was für eine Scheißfrage. Nix davon, wie hört sich das an? Also beim Erfrieren ist das halt ungemütlich, bevor man erfriert. Also das ist halt natürlich sehr schlecht. Vor allen Dingen kann es auch paradoxes Kälteempfinden geben, also Wärme empfinden. Dann denkt man, es wäre super heiß, dann entkleiden sich die Leute auch noch oft. Und, ähm, also das, ich denke, das ist sehr ungemütlich. Also die Berichte von Leuten, die erfroren sind, die Tagebuch geschrieben haben, wenn sie irgendwo eingeschneit waren, oder sowas, das hört sich nicht gut an. Hitzeeinwirkung tut super weh. Ich meine, jeder von euch hat als Kind mal irgendwo, obwohl es Mami und Papi gesagt haben, sie dann nicht hinfassen sollte, auf irgendwas Heißes gefasst. Das pocht und tut super lange noch weh, wenn man es überlebt. Und wenn man es nicht überlebt, ist das halt ein Mega-Horror, wie so eine Art Mega-Brennen und so. Wenn es jetzt ganz schnell geht bei einer Atombombe, da verdampft man ja, ne? Da kriegst du natürlich nichts mehr mit. Ertrinken, äh, kommt drauf an. Viele Leute, die ertrinken, technisch gesehen, sind vorher schon ohnmächtig. Die kriegen das gar nicht mehr mit. Mhm. Also deswegen kommt es drauf an. Also wenn man bei Bewusstsein ertrinkt, ist das Horror. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Ich meine, haltet euch mal selber den Mund in den Hordel zu. Solange ihr könnt, dann kriegt ihr eine grobe Vorahnung, wie sich das anfühlt. Da kann nichts passieren, weil ihr ... Wie geil! Einfach nur so eine Gebrauchsanleitung. Keine Sorge, es kann dir nichts passieren. Wenn ihr euch selber kurz in die Luft setzt, sitzt da einer und dann so, oh Gott! Oh! Weil ihr natürlich vorher dann ohnmächtig werdet und dann atmet ja der Körper automatisch wieder. Aber, also ich kann grundsätzlich gewaltsame oder unnatürliche oder seltsame Tode nicht empfehlen. Simon Lu. fragt, käme ein anderer Beruf für dich in Frage? Ja, auf jeden Fall. Also ich komme aus einer Welt, in der ich immer, ich habe immer gearbeitet, Prospekte ausgeteilt, im Reisebüro den Keller aufgeräumt, im Zivildienst habe ich die Kirche geputzt, eine sehr große Kirche, wo sehr viel zu putzen war. Mir ist das egal. Also ich möchte gerne meinen Kram erledigen und meiner privaten Auffassung danach gehört auch dazu, dass man arbeitet und sich irgendwie so nützlich macht, dass man in die Gesellschaft der anderen Menschen eingebettet ist und nicht einfach sagt so, fuck you all und so. Also gut, das ist Geschmackssache, das könnt ihr selbst für euch entscheiden. Aber ja, ich würde auch Pizza backen oder ein veganes Kaffee machen. Oder hat meine Frau neulich gesagt, weil ich das wahrscheinlich früher immer gesagt habe, ein Kaninchen retten, eine Kaninchen-Rettungsstation. Kann man wahrscheinlich nur kein Geld mit verdienen, aber ich bin großer Kaninchen-Fan. Also egal, was ihr sagt, es ist einfach grundauf sympathisch und ich finde einfach, der ist von Grund auf sympathisch und der hat einfach so ein paar Grundsatzregeln für sich so etabliert. Die finde ich sehr beneidenswert, die finde ich sehr gut alle, muss ich sagen. Finde ich einfach gut.